Sollte man jetzt auf den Turnaround bei Cannabis-Aktien setzen? Spannende Frage, Canopy Growth, eine der größten Aktien in dem Bereich, hat ja auch wirklich über 300% zurückgelegt in einem Monat. Das ist schon eine solide Rallye, muss man einfach so sagen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das Ganze nachhaltig oder nicht? Also sollte man jetzt wirklich noch einsteigen, um wirklich von einem langfristigen Trend zu profitieren? Oder ist das alles nur heiße Luft? Und das ist Thema des heutigen Videos. Wir schauen uns die größten bzw. relevantesten Unternehmen aus dem Bereich an. Und ich gebe auch noch meine persönlichen Favoriten mit dazu. Und an der Stelle, wie immer der Hinweis, nicht vergessen in unseren Telegram Newsletter zu gehen. Dort posten wir wöchentlich spannende Infos, Runde Börse, Trading, Investieren etc. Ist kostenlos. Link in der Videobeschreibung. Wir fangen mit der mitunter bekanntesten Aktie in dem Bereich an, Canopy Growth. Canopy Growth ist auch, wie gesagt, in der Einleitung hier um einige hundert Prozent gestiegen in den letzten paar Wochen. Und ich finde es immer ganz spannend, der Cannabis-Zug ist so eine Kuh, die alle paar Monate mal durchs Dorf gejagt wird. Und in diesem Zeitraum steigen Cannabis-Aktien dann wieder um ein paar hundert Prozent. Und alle sind ganz gehypt von diesem Thema. Jetzt kommt der Turnaround, jetzt kommt der Turnaround. Und bisher kam er aber eben noch nicht. Und ich möchte jetzt mal ganz rational überlegen, was denn passieren muss, damit dieser Turnaround wirklich nachhaltig sein kann. Und wir da wirklich nachhaltig eine sehr schöne Rallye in Richtung idealerweise Altertuch sehen. Bei Aktien wie jetzt Canopy Growth, aber eben im kompletten Pier. Das Chartbild von Canopy Growth ist relativ einfach aufzuschlüsseln. Wir haben hier diese Hype-Phase von 2015 bis circa 2018. Also diese große Rallye in diesem Zeitraum sind wir hier vom Tief 4.500 Prozent bis aufs Altertuch sogar mehr, 4.800 Prozent gestiegen. Dann hatten wir hier diese erste Korrektur. Da haben wir auch diesen mittelfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Ja, den haben wir hier gebrochen. Dann haben wir hier nochmal so einen Rücklauf gehabt, sind nicht mehr ganz aufs Altertuch gekommen. Und dann wurde hier dieser mittelfristige Abwärtstrend eingeleitet, der bis heute aktiv ist. Also das heißt, wir haben hier einen mittelfristigen Abwärtstrend seit 2021. Die Top-Bildung hat gedauert von 2018 bis 2021. Das hier ist die Top-Bildung, das hier ist der Aufwärtstrend und das hier ist der Abwärtstrend. Das ist wie so ein Berg, dieses Chartbild. Das ist wirklich sehr, sehr einfach zu entschlüsseln. Und was jetzt eben passieren muss, damit dieser Boden gebildet wird, damit der Turnaround nachhaltig sein kann, ist, dass dieser mittelfristige Abwärtstrend, der das Chartbild der Aktie, den Kursverlauf der Aktie hier so dominant bestimmt, dieser Abwärtstrend, der muss neutralisiert werden. Und wir haben jetzt hier dieses letzte Verlaufshoch gesehen. Da hatten wir auch schon wirklich eine saubere Rallye. Wir sind hier wirklich auch schon um plus 400% gestiegen und haben das Ganze da wieder abverkauft. Jetzt sind wir eben nochmal um bisher plus 316% gestiegen. Und das ist jetzt das bisherige Verlaufshoch. Man muss dazu sagen, bisher gefällt mir die Price Action, die wir hier bisher gesehen haben, am besten im Vergleich zu den anderen Böden, die hier immer mal wieder versucht wurden. Also das hier gefällt mir bisher am besten. Es hat am meisten Potenzial, muss man einfach so sagen. Bisher ist natürlich noch nichts irgendwie nachhaltig oder sowas, aber es hat das meiste Potenzial. Und ich kann mir hier gut vorstellen, dass die Aktie es schafft, hier einen nachhaltigen Boden auszubilden. Aber wir müssen die Bestätigung für dieses Szenario eben erst vom Markt bekommen. Und das wäre hier der Fall, wenn die Aktie es auf Wochenschlusskursbasis schafft, über 20 US-Dollar auszubrechen. Das heißt, wir brauchen einen Wochenschlusskurs über 20 US-Dollar. Das ist hier dieses letzte Verlaufshoch. Also da hätten wir dann wirklich den Abwärtstrend neutralisiert. Da hätten wir diesen Abwärtstrend gebrochen, der hier wirklich seit 2021 das Chartbild dominiert. Wir hatten hier 2022 schon mal den Versuch, so einen Boden zu bilden. Damals haben wir den Abwärtstrend nicht gebrochen. Wir hatten hier nur einen untergeordneten Aufwärtstrend. Aber hier könnten wir eben über 20 Dollar den Abwärtstrend brechen. Ja, dann nochmal so ein kurzer Rücksetzer. Und dann könnte hier eben der Turnaround stattfinden. Also das heißt, dann ein neuer Aufwärtstrend im Idealfall Richtung idealerweise Allsetto. Ja, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen passiert. Aber das müsste für mich bei Canopy Growth passieren, dass wir wirklich nachhaltig einen Aufwärtstrend bekommen, dass hier wirklich nachhaltig eine Bodenbildung stattfindet. Was wir bisher haben, ist halt wirklich nur heiße Luft. Ja, wir haben eine Rallye gesehen, aber die Rallye, die haben wir halt auch schon hier gesehen. Die haben wir auch schon hier gesehen, die haben wir auch schon hier gesehen. Und hier oben auch schon. Also es gab mehrere Versuche hier wirklich wieder so eine Rallye zu starten. Aber das wurde halt alles wieder abverkauft. Und bisher ist da noch nichts nachhaltig geglückt, um wirklich einen Boden zu bilden. Eine Bodenbildung ist auch keine hundertprozentige Garantie, dass dann wirklich das Gegenteilige stattfindet. In dem Fall ein Aufwärtstrend. Aber es wäre zumindest mal ein positives Signal, um hier wirklich Käufer in den Markt reinzubringen. Auch relativ schön ist hier die RSI-Divergenz, die wir hier seit einigen Monaten jetzt haben. Und zwar sehen wir hier relativ schön, der RSI macht keine neuen Verlaufstiefs mehr, während wir hier einen Verlaufstief gesehen haben in der Price Action. Also da muss ich auch gar nicht den RSI anschauen, man sieht die direkt in der Price Action, dass dieses Verlaufstief, was wir eben jetzt hier gesehen haben im Februar 2024, im Vergleich zum Momentum des Abwärtstrends davor, viel, viel schwächer ist. Und das zeichnet sich auch nochmal relativ schön im RSI hier ab. Hier im Wochenchart ist es noch extremer. Also da haben wir wirklich eine sehr starke RSI-Divergenz mit diesem Tief und diesem Tief. Also hier haben wir wirklich higher lows im RSI, während wir lower lows in der Price Action haben. Das letzte Mal, dass wir so eine RSI-Divergenz hatten, war hier im Sommer 2022. Da haben wir hier in der Price Action tiefere Tiefs gemacht und im RSI hatten wir hier leicht höhere Hochs. Aber das ist jetzt nicht so markant, wie das, was wir jetzt hier gerade im Moment sehen. Also das ist auch ein positives Zeichen dafür, dass das Momentum der Bären, der Verkäufer abnimmt und das Momentum von den Bullen hier langsam aufgebaut werden könnte, beziehungsweise eine Bodenbildung stattfinden könnte. Das Volumen ist auch relativ interessant. Also wir haben hier quasi Kerzen x Volumen, desto größer das Volumen, desto größer sind auch die Kerzen. Und wir sehen hier ganz schön die Kerzen hier, das sind Wochenkerzen im März jetzt. Die sind sehr, sehr fett. Also im Vergleich auch jetzt zu den bierischen Kerzen, da kommt ordentlich Volumen nach oben rein. Wir hatten ähnlich große Kerzen aber auch schon hier im August. Das heißt, wir haben einige wichtige Indikatoren, die dafür sprechen, dass wir einen Turnaround bei Cannabis-Aktien sehen, beziehungsweise jetzt hier bei Canopy Growth. Aber so hundertprozentig ist der Turnaround noch nicht da. Wir brauchen noch klare Bestätigungen vom Markt. Rausnehmen des mittelfristigen Abwärtstrends hier bei Canopy Growth in dem Fall als Taktgeber. Das ist ja doch ein relativ großer Wert im Vergleich zu den anderen Werten. Und dann hätten wir hier wirklich eine gute Chance auf einen Turnaround. Das wäre aber wirklich das Mindeste, was es für mich bräuchte, damit ich hier auf einen Turnaround spekuliere. Also das heißt wirklich der Bruch dieses Abwärtstrends, Etablierung eines neuen Aufwärtstrends. Das ist das, was es braucht. Ein schöner Boden und dann wirklich ein sauberer Rücksetzer für ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Und dann würde ich hier in diesem Fall auf einen Turnaround bei Canopy Growth spekulieren. Aber es gibt auch noch andere Kandidaten, die sind in meinen Augen deutlich schöner. Ja, schauen wir uns noch eine Aurora Cannabis an. Aurora Cannabis fast 1 zu 1 das gleiche Chartbild wie eine Canopy Growth. Aurora Cannabis hat jetzt im Vergleich fast noch ein hässlicheres Chartbild. Wir haben hier keine Stärke damals am Allzertoch. Also dieser Turnaround, dieser Versuch hier oben, der fehlt. Hier so viel Seitwärtsphase, die wir bei Canopy Growth haben, fehlt bei Aurora Cannabis auch. Ja, und dieser Turnaround, der jetzt gerade bei Canopy stattfinden könnte, der findet zwar bei Aurora Cannabis auch statt, aber halt wirklich nicht so schön wie bei Canopy. Also auch hier hätten wir natürlich Potenzial über 11,5, 12, so um diesen Dreh rum. Also auch hier, wenn wir den mittelfristigen Abwärtstrend rausnehmen, wäre hier Potenzial da in meinen Augen. Aber Canopy ist dann doch der schönere Play. Okay, das gleiche gilt auch noch für Tilray. Das ist auch einer dieser Oldschool Player, die damals auch extrem gespielt wurden. Also hier haben wir auch diese Turnarounds, diese fehlgeschlagenen, dann hier dieser Abverkauf. Der Boden hier, der sieht nochmal ein Stückchen besser aus als bei Aurora Cannabis in meinen Augen. Hier hätten wir auch tatsächlich relativ sauber direkt einen neuen Aufwärtstrend, wenn wir hier auf die Verlaufshochs über 3,40 ausbrechen sollten. Aber dafür haben wir auch noch die übergeordnete Abwärtsstruktur bis hier hoch auf circa 5,22. Hier diese Zone hier, das ist so dieser übergeordnet mittelfristige Abwärtstrend. Der wurde hier auch schon mal zwischenzeitlich rausgenommen, hat nicht gehalten, wurde weiter abverkauft. Also das sind alles relativ schwammige Plays in meinen Augen. Also man setzt hier auf sehr, sehr riskante Turnarounds. Der Cannabis-Markt gefällt mir, zumindest jetzt, was die Aktien angeht, die wir bisher angesehen haben, nicht so wirklich charttechnisch. Also am besten von den drei, die wir jetzt bisher angeschaut haben, ist wirklich Canopy Growth. Aber das ist natürlich auch relativ viel Gezerre, was ich mir da im Kopf zurechtdenken muss, damit ich irgendwie hier auf einen grünen Zweig komme, was die Bodenbildung angeht. Also mein Favorit, den zeige ich euch jetzt mal. Das hier ist mein persönlicher Cannabis-Aktien-Favorit. Und zwar ist das hier die Kronos Group. Ticker ist C-R-O-N. Die kommen aus Kanada und es ist eine der ganz wenigen Cannabis-Aktien, die eine Rallye hier hingelegt haben und diese Rallye nicht komplett wieder abverkauft haben. Also diese Rallye so im Bereich 2016, 17, 18, 19, diese Rallye, die wurde bei Kronos nicht ganz abverkauft. Und das ist, wer meine Videos zum Altcoin-Markt, beziehungsweise zum Krypto-Markt gesehen hat, immer ein sehr spannendes Szenario für solche Hype-Märkte, nenne ich sie einfach mal, dass ich quasi diesen Hype, den es mal gab, nicht ganz wieder abverkauft habe. Das ist nämlich irgendwo doch ein Zeichen der Sicherheit, dass dieses Unternehmen, dass dieser Coin doch irgendwas Substantielles hat und nicht nur vom Hype getrieben wurde. Und das haben wir jetzt eben hier bei Kronos. Wir haben diese Rallye nicht ganz abverkauft und jetzt haben wir eben mit dieser Korrektur trotzdem natürlich extrem viel verloren. Ja, wir sind hier in extrem hohen Dimensionen unterwegs. Das hier ist auch eine Korrektur von minus 93%. Auf der anderen Seite habe ich natürlich hier auch eine Rallye von plus 20.000, beziehungsweise 21.000% fast. Also das heißt, die Volatilitätsdimensionen, in denen wir uns hier bewegen, die muss man auch erstmal aushalten, bevor man hier investiert. Und jetzt ist halt die Frage, wenn dieser Hype kommt, ja, gibt es hier dann nochmal einen zweiten Move? Ja, also das heißt, wenn wir hier wirklich so in der Dimension steigen sollten, hätten wir hier nochmal so ungefähr 2000% Rendite nach oben. Das ist durchaus realistisch und würde halt hier einen langfristigen Trend bei Kronos etablieren. Kronos ist wie gesagt technisch gesehen mein Favorit, wenn ich mir das Ganze mittelfristig, langfristig anschaue, dann ist Kronos vom Chartbet her am besten. Auch jetzt von den Aktien, die wir hier gerade betrachtet haben, von diesen vier Aktien. Mittelfristig gesehen hat Kronos tatsächlich auch schon einen zwar noch schwachen, aber trotzdem intakten, untergeordneten Aufwärtstrend etabliert und wir hätten den Abwärtstrend über 4,90 kanadischen Dollars beendet. Das heißt, wir hätten dann direkt diesen Trend gebrochen, den mittelfristigen und ihn gewechselt in einen Aufwärtstrend. Also mittelfristiger Abwärtstrend wird direkt zu mittelfristigem Aufwärtstrend, sollten wir hier über 4,90 CAD, kanadische Dollars ausbrechen. Was mir noch wichtig wäre bei Kronos, ist, dass wir das Volumen erhöhen. Also das heißt, dass das Volumen, das Handelsvolumen, so in dem Niveau wie hier November 2020 ansteigt. Also dass wir hier wirklich nochmal ordentlich Volumen reinkriegen, wenn dieser Ausbruch, spätestens wenn dieser Ausbruch hier passieren sollte, dass dieser Ausbruch unter hohem Volumen passiert, so dass wir wirklich wissen, der ist nachhaltig, beziehungsweise die Chance steigt, dass dieser Ausbruch nachhaltig ist. Das war ein relativ knackiger Einblick von meiner Seite in den Cannabis-Markt an der Börse. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, welche Cannabis-Aktie euch am besten gefällt oder ob ihr einen anderen Favoriten noch habt, den ich jetzt gar nicht im Video hatte. Mir war es einfach mal wichtig, so ein bisschen meinen Senf dazu zugeben zu dieser Thematik, weil es gerade wieder überall auf Social Media gespielt wird. Also jeder spricht von Cannabis-Aktien, riesiger Turnaround, riesige Renditen. Ganz viele Leute werden wieder extrem gierig. Ja, und da ist es mir einfach wichtig, dass ihr da rational bleibt. Also Freunde, bleibt rational und wartet einfach auf die Bestätigung vom Markt. Da gibt es immer noch extrem viel Rendite danach, aber mit einer deutlich größeren Sicherheit. Und das steigert natürlich auch das Chance-Risiko-Verhältnis, weil ich einfach eine deutlich höhere Chance auf Erfolg für meine Distanz habe, als wenn ich einfach bloß jetzt reingreife, die Chance darauf, dass das Ganze ein Totalverlust wird. Die ist einfach real. Die ist da. Und das muss einem bewusst sein, wenn man in solche Aktien investiert. Und da warte ich doch lieber auf eine Bestätigung und lasse ein paar Prozente liegen. Das ist mein Rat an der Stelle. Ihr könnt natürlich immer mit eurem Geld machen, was ihr wollt. Aber das wäre meine Vorgehensweise. Und ich habe euch jetzt wirklich auch alle wichtigen Marken gezeigt bei Canopy Growth, Aurora, Cannabis und weiteren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Vergesst nicht, unseren Kanal hier auf YouTube zu abonnieren. Und schaut auch gerne bei unseren anderen Plattformen vorbei. Findet ihr in der Videobeschreibung.